euch doch alle. Wow, jetzt habe ich hier vollkommen umsonst, weil ich glaube, es kommt kein einziges Anime-Spiel mehr. Dragon Quest! Es wird aber nicht dieses Dragon Quest Slayer-Shit sein, oder? Oh, wie süß! Kommen alle Dragon Fests? Reicht? I believe in you! Was ist Luminar? Das waren die Dragon Balls! Ja. Remember, you are the Luminar. I believe in you. I believe in you. Alter, Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Defined a Diffidation S. Voll geil. Ich finde, der Titel ist noch ein bisschen zu kurz. Können wir den noch etwas länger machen, vielleicht?